Keiner hatte irgendwas dabei, was man irgendwie looten könnte. Das ist ja auch super. Warum laufen die denn eigentlich nicht mit? Ich dachte, wir sind ein Team. Wieso laufen die denn nicht mit? Hä? Was ist denn hier das... Oh, gut. Spada. Oh. 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 Jetzt habe ich ihn wieder zu spät gesehen. Oh man, oh man, oh man. Da habe ich in einer der letzten Folgen noch so... Oh, das klingt aber auch wenig. So relativ stolz... ...mich an meine taktischen Vorgehen ersetzt. Wieso macht die denn nichts? Was war das? Ja, da hinten stehen noch welche. Der steht hier nur dumm rum. Was soll denn die Scheiße? Das kotzt mich gerade ganz schön an. Hallo, angreifen. Hallo. Oregon steht auch nur dumm rum. Ich muss gleich nochmal an die Taktik gucken. Das kann ja... Das kann ja wohl nicht sein. Aber wenn wir jetzt aus dem Kampf könnten, dann könnte ich auch wieder leben. sehr, 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 sehr mysteriös. Ich bin verletzt. Gehe ich mal sehr stark von aus. Okay, ich muss jetzt mal hier in diese Taktik... Ach, die... Wie? Standard. Wieso stehen wir auf defensiv? Standard? Standard. Standard. Okay, dann muss man das vielleicht irgendwie noch ein bisschen ändern hier. Selbst von mindestens drei Gegern. Irgendwann ist er kein Schläger. Na gut, geht er. Das ist ja hier ein nächster, nächster sichtbarer. Groß, Gegenstand, Fähigkeit. Ja, jetzt soll man einfach angreifen. Wäre auch eine Idee. Geht ja irgendwie nicht. Warum ist das denn rot? Die Taktik deaktivieren. Natürlich will ich die Taktik nicht deaktivieren. Aber ich verstehe nicht, wie soll hier... Das ist jetzt grün, das ist rot. Warum? Warum ist das rot? Rot ist meistens nicht gut. Na ja. Die eine Quest wurde jetzt aktualisiert. Eine Banditenbande bleibt noch. Ach, die habe ich ja, glaube ich, schon gesehen. Das ist wahrscheinlich die hier oben auf der Brücke da. Da, wo ich eben noch voller Furcht wieder zurückgeeilt bin. Weil ich da so viele rote Punkte... Aber die war gar nicht auf der Brücke. Doch. Da ist noch was. Und da ist auch noch was. Bokan Pettitsch. So, wann haben denn den Gegner Namen? Das sind fünf... Ich spüre weitere dunkle Brut. Aha. Ja, tatsächlich. Rüfter. Rüfter, rüfter. Ja, das war doch super. Warum kann das denn immer so sein? So auf den Alpha. Oh. 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 Und hier ist auf einmal wieder einigermaßen, einigermaßen, klappt. Außer, dass ich natürlich trotzdem wieder Wunden gespürt habe und geschlagen. Oh. Wer ist der? Der mächtige Schlag hat aber mächtig reingehauen. Ja. Warum steht der denn hier? Machen die alle einigermaßen mit? Nö. Warum auch? Warum sollten die auch angreifen? Ist doch quatsch. Alter, was soll denn das? Das war doch sonst nicht so. Oregon steht auch wieder dahinten. Da steht doch um da. Alter, ey. Ich küff. Kollaps. Versiegelter Brief. Ich bin erfreut. Ja, ich nicht so, wenn Morgan immer noch da hinten rumsteht. Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Ich stehe tief in eure Schuhe. Gern geschehen. Mein Name ist Bodan Feddick, Händler und Unternehmer. Das hier ist mein Sohn Sandal. Sag hallo, mein Junge. Hallo. In diesen Tagen ist es auf den Straßen ziemlich gefährlich. Dürfte ich fragen, was euch hierher führt? Vielleicht haben wir dasselbe Ziel. Es könnte kompliziert werden, aber ihr könnt euch mir gerne anschließen. Kompliziert? Ich habe irgendwie den Eindruck, dass das ein wenig untertrieben sein könnte. Danke für das Angebot, aber euer Weg könnte mehr Aufregung bereithalten, als für meinen Jungen und mich gut ist. Erlaubt mir, euch Lebewohl zu sagen und viel Glück zu wünschen. Danke. Auf Wiedersehen. Also gut. Dann wollen wir diesen Schlamassel mal beseitigen, was? Ja, beseitige dir mal den Schlamassel. Ich loote Kisten. Beziehungsweise eine Kiste scheinbar nur. Na gut, dann waren das nicht die... Es kommt keiner mit. Es kommt keiner mit. Die bleiben da oben einfach stehen. Die bleiben da oben einfach stehen. Wie? Das scheint jetzt auf Position halten und deshalb sind die... Wer macht denn so einen Scheiß? Oder kam das da durch? Bist du im Stillsein? Ne. Das ist einer, das habe ich doch nicht eingestellt. Können wir uns nicht einfach friedlich einigen? Nein. Wie können wir uns einigen? Friedlich? Nein. Natürlich nicht. Ich bin voll. Wieder er hier. Also der braucht irgendwie deutlich bessere Rüstung. Und, was weiß ich... Erleben. Alter, du machst dich total schlecht als Tank. Oh, ein Tod ist er. Alter. Das war zu erwarten. Ob ich jetzt noch überleben dürfte, wäre ich da total froh. Ah, ich habe irgendeine Taste gedrückt. Kann das sein? Wolle ich jetzt wieder Position halten? Ach, weil ich auf H gedrückt habe, als ich auf I drücken wollte. Oh Mann. Da kam die alle nicht mehr mit. Was bescheidend. Ich habe nur noch so schwache Wundumschläge. Ah, Kacke. Kann er nicht nehmen? Oder weil er eigentlich schon tot ist, oder was? Das ist gut. Ach nee, wenn ich nicht befreut bin. Jetzt wieder? Nee. Aber die gute Leliana könnte sie auch mal hinnehmen. Aber jetzt kann er auch wieder, oder nicht? Ja. Jetzt kann er wieder. Oh, ich habe ihn geköpft. Geile Scheiße. Ich bin erfreit. Ich bin erfreit. Vielleicht lerne ich das noch. Ich meine, das Spiel ist ja, glaube ich, nicht allzu kurz. Das kann sich ja noch ein paar Tage hinziehen. So, waren das jetzt alle? Du hast drei ausgelöscht. Ja, okay, gut. Das andere war jetzt irgendwie Wundumschläge herstellen. Wie geht das denn? Charakterbogen, Zauber und Talente. Nee. Fähigkeiten? Nee. Inventar, Tagebuch, Karte, Taktik, Gruppe wechseln. Wie kann ich denn dann? Irgendeiner kann so was. Er kann doch, glaube ich, so was herstellen. Er kann doch, oder nicht? Irgendjemand kann doch. Hier, die kann Kräuterkunde. Was kann sie machen? Sie kann die Dinger herstellen. Und wie geht das? Wie, wie, wie macht sie das? Morrigan? Ja, ist total nervig. Aha, wunderbar. Schwacher Wundumschlag. Ruhige Geräusche. Sollte ich da jetzt irgendwie, hab ich da eine bestimmte, was, äh... Drei Umschläge sollten reichen. Die hab ich ja gerade gemacht. Wenn ich mich nicht irre. So, und das andere war... Was war das andere? Ein giftiges Angebot. Der war bei mir seine Gifffahrung. Er hat sich das gebeten, er passen, das Giftfee herzustellen. Dreiflächen Gift. Und reifen. Reifen. Wer, wer kann denn, äh... Überhaupt hier irgendwas mit Giften. Ach, er. Schlangengift. Du, das Wurzel-Extrakt. Nur kurz an diesem Schlamm zu riechen, reicht aus, um Halluzinationen hervorzurufen. Waffen, die mit diesem schwachen Gift beschichtet sind, verursachen bei jedem Treffer zusätzlichen Naturschaden und könnten das Ziel blockieren. Äh, betäuben. Blockieren. Schlangengift. Ein starkes Gift. Wo kriegt man denn sowas her? Das ist ein Gift mehr Reptilien. Okay. Dann machen wir mal eins, zwei, drei. Vielleicht reicht ihm das, ja. Und dann eilen wir mal zurück in die Stadt. Und hoffen, dass wir jetzt die ganzen Quests abschließen können. Ja, wir haben ein paar Wundumschläge hergestellt. Wir haben jetzt auch, äh, Dings hergestellt. Übrigens ist Alice der verletzt. Ja, natürlich ist Alice der verletzt. Was für eine Frage. So, dann ist er wieder heile. Ja, den Kunari, den kann ich nicht. Aber wir sind ja jetzt auch hier vier Menschen. Das muss ja reichen. Du wolltest Umschläge, richtig? Hattet ihr in den Wäldern Erfolg bei eurer Suche nach Kräutern? Ja, hatte ich. Sie werden vielen Leuten helfen. Ich danke euch für diese gute Tat. So, und der... Bauer? Nee. Wo war der denn? Wie klingt... Nee, der benamte Bauer. Der Bauer mit Namen. Aber dann gehen wir vielleicht erst mal zu den... Kantor, der singt uns dann... Ihr habt die Quest erfolgreich abgeschlossen. Weil da kann ja davon nicht sprechen. Gesegnet seien die Hüter des Friedens, die Kämpfer für die Gerechtigkeit.